Herzlich Willkommen in meiner Küche! Wäre das hier gerade meine Online-Mentalismus-Show, würden Sie einen von diesen Umschlägen in der Hand halten. Alle Teilnehmenden bekommen eine Woche vor der Show per Post so einen Umschlag zugesandt. Darauf steht Do Not Open. Während die Show losgeht, bitte ich alle Teilnehmenden den Umschlag aufzureißen und alles rauszuholen, was da drin ist. Ich werde Ihnen das jetzt nicht im Detail zeigen. Ich verrate aber, unter anderem ist da ein besonderes Teelicht drin, mit dessen Hilfe Sie zu Hause ein Bild in Ihrer Hand verwandeln werden. Wir haben die Show bisher mit bis zu 350 Menschen auf einmal gemacht. Alle haben so ein Päckchen bekommen. Es geht auch mit wesentlich mehr. Aber falls Sie ein sehr großes Publikum haben und nicht alle so ein Päckchen bekommen können, gibt es eine B-Variante der Show, bei der nur einige wenige das Päckchen bekommen. Alle anderen kriegen eine E-Mail und können sich zu Hause ein paar Dinge ausdrucken. So oder so haben alle etwas Haptisches, um mit der Show mitzumachen. Wir haben auch schon Veranstalter gehabt, die ihr eigenes Filmstudio dafür aufbauen. Dann kann das Ganze noch viel schöner aussehen. Wenn ich das zu Hause produziere, sieht es so aus. So oder so, die Show an sich ist genau das Gleiche. Falls Sie irgendwelche Fragen haben, kontaktieren Sie uns. Ich freue mich darauf, Sie in diesem wundervollen Internet zu treffen. Auf Wiedersehen, Svenja. Ist es okay, wenn ich das jetzt alles hier so stehen lasse? Für immer? Ich freue mich auf einmal. Ich bin das zu Hause. Ich freue mich auf einmal.